Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren Warface Video, beziehungsweise dem Start einer etwas längeren Serie. Und wenn ich hier gleich fertig bin mit Quatschen, seht ihr noch natürlich ein live aufgenommenes Gameplay mit TeamSpeak, mit Dados, Kundran und Alex, wo wir ein bisschen Ranked spielen. Season 16 ist ja bald zu Ende. Wir wollen mit Season 17 eigentlich voll durchstarten, haben aber jetzt die letzte Zeit noch so viel gesucht, dass wir relativ viele Videos in Season 16 aufgenommen haben. Mal schauen, ob die auf den Zweitkanal kommen und dann Season 17 hier auf dem Hauptkanal weiterläuft. Warum es zu Warface kommt und was das Ganze auf sich hat, einmal ganz kurz erklärt. Warface ist ein Free-to-Play-Ego-Shooter mit Competitive-Spiel-Modi wie natürlich Plant the Bomb, in dem Fall auch Blitz und so weiter und so fort. Ihr könnt euch gerne das 40-Minuten-Video mit Early Boy anschauen und der Grund für diese ganze Kooperation ist relativ simpel. Ich hatte mit Early Boy eine Partnerschaft mit Warface mit einem Video. Danach waren wir zu Gamescom eingeladen worden, um das neue Add-on, was Ende des Jahres kommt, zu testen, also die Erweiterung. Und dann hat Warface uns natürlich noch auf der Japan-Reise unterstützt. So, dann haben wir die Jungs von Warface gefragt, ob die nicht weiterhin mit uns zusammenarbeiten wollen. Das ging also von uns aus, weil wir sehr viel Spaß an den Free-to-Play-Shootern eigentlich schon immer hatten auf YouTube. Es hat immer viel Spaß gemacht, die Free-to-Play-Shooter, die wir aktiv gespielt haben, zu zocken. Und ja, das Ganze hat sich dann so ergeben, dass wir eine Partnerschaft zusammenbekommen haben. Und wir werden versuchen, in der nächsten Season Rang 1 zu grinden. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr so ein bisschen mit dabei sein wollt, denn man könnte theoretisch auch Custom-Games machen, wie und wann das Ganze ablaufen wird, kann ich euch noch nicht sagen. Vielleicht verbinden wir das mit ein paar Giveaways. Vor allem nochmal so zur Weihnachtszeit am Ende, dass man wieder was gewinnen kann. Adventskalenderzeit, Community-Stream im Dezember, wie auch immer, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist der Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über den Link auf die Seite geht und euch einen Account erstellt, dann unterstützt ihr uns. Beziehungsweise, wenn ihr einfach nur den Link in der Beschreibung anklickt und euch ein bisschen auf der Seite umschaut, dann wissen die Jungs und Mädels von Warface, hey, die sind über hier uns auf die Seite gekommen. Ihr kennt das ganze Prozedere. Es ist halt ein Tracking-Link von Warface und die wollen natürlich sehen, dass ein bisschen Interaktion da ist. Wenn ihr euch noch gar keine Ahnung habt, was Warface ist, dann schaut einfach erstmal die Videos. Vielleicht kommt ihr auf den Geschmack. Habt aber vor allem erstmal Spaß. Denn die Matches sind eigentlich ziemlich awesome gewesen. Wie gesagt, wir steigen halt voll ins Ranked ein und müssen erstmal selber lernen und ein bisschen die Gimmicks und Tricks in Warface rausfinden. Also habt viel Spaß bei dem Video. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen, wenn ihr uns die Kooperation in der Hinsicht gönnt und Bock drauf habt. Lasst gerne ein Like da und schaut gerne bei den anderen vorbei. Und jetzt erstmal viel Spaß natürlich mit dem ersten Video und mit der Warface-Kooperation. Herzlich willkommen, Leute, zurück zu einer neuen Runde. Warface mit Dadosch, Alex und Kundran. Hallo. Wir sind natürlich unterwegs im Ranked und im Gegnerteam ist ein krasser Spieler. Twitter bleibt immer noch. Unter der Videobeschreibung ist der Link, wenn ihr selbst spielen wollt. Just saying. Natürlich. Und ich glaube, der Typ im Gegnerteam, der Nightwolf-Squad, oder das ist der Clan, ne? Ja, das ist der Clan, der Costa. Der Costa. Bisher sind wir noch keinem Begegneter uns kannte, ne? Glaube ich. Im Rank auf jeden Fall noch nicht. Der namenlose 06 kommt jetzt. Aber der Costa könnte echt Probleme machen. Oh, selbe Map. Den kennen wir ja schon. Shit, jetzt bin ich Sniper. Alter, neben mir steht ein ganz komischer Dude. Shit, wir sollten uns gleich aufteilen wie letztes Mal, um so ein bisschen die Spots zu kennen. Bin extra da hingegangen. Ja, ich bin auf die falsche Seite gegangen. Mal an den Tunnel hinter uns denken, ey. Hab ich was Neues? Links oben, links oben, zwei. Einen habe ich, noch einer auf der linken Seite, oben. Einer ist an der Base, der ist gerade rechts gegangen. Einer ist noch an deren Base. Den hat, glaube ich, gerade irgendeiner von uns da. Boah, nice. Unser shoddy Dude. Der war hier oben bei mir. Er braucht einen Medic. Über mir, im Haus. Da kann man... Der kommt hinten rum. Ich war weit weg. Ohne Scheiß. Ich hab... Ich hab sie... Ey. Das war aber ganz tricky. An der ist war deine Smoke, ne? Er hat die einfach in deine Smoke gelegt. Kommst du da hoch, Kunvan? Hier hoch. In diesem Haus ist der Typ. Hier hoch springen. Sniper, angeschossen. Kannst du mich aufheben? Er... Du kannst ihn aufheben. Du kannst ihn aufheben. Wo ist der Typ? Oben bei Kunvan. In dem langen Gang. Im Snipergang. Da, wo du auf der... Ja, danke. Kannst du mich vielleicht auch noch? Lass uns safe spielen. Lass uns safe spielen jetzt. Ne, ich bin down, glaube ich. Er steht noch auf, gerade. Achso. Glauben. Der ist wieder oben. An. Nice. Jetzt müssen wir safe spielen. Er hat mich schon wieder geholt. Er kommt. Er kommt jetzt, Kunvan. Er kommt, er kommt, er kommt. Boah, vor dem müssen wir echt aufpassen. Das ist der... Ja, wir dürfen halt nicht da rumpuschen. Das ist safe. Also, das ist echt nicht. Du warst oben drin? Ja, nein. Danach. Ich bin ja zurückgegangen dann. Ich wusste ja nicht, dass er da ist. Ich bin ja in seine Claymore rein. Lass auf, Kunvan. Da ist er. Da steht er. Er steht hinten durch. Nee, das war er nicht. Nee, nee, Coaster ist es. Er hat mich, aber er ist low. Hab ihn. Hab beide. Hab beide. Okay. Bombe ist auch hier. Du kannst aufheben, Kunvan. Der letzte könnte auch in der Base hinten stehen. Durch. Ich gebe Backup. Ja, so mit dem Medic macht das richtig Spaß. Schönes Team Clay. Wenn ich jetzt Alex noch gehalten bekomme, komplett. Hä, wo ist der Typ hin? Ich habe hier vorhin alle gesehen. Nee, dann ist das auch leid. Haben wir die Bombe? Ja, die Bombe liegt bei uns. Wo ist der hingerannt? Die Bombe liegt hier. Bei uns hinten bei der 1. Bei der 1. Hab ich den gut gehittet? Oh, er hat mich sogar noch. Heißt. Da ist der Pistole. Und ich habe wieder Q gedrückt. Das ist so doof. Ja, das habe ich ja auch. Aber bei mir ist es auf Q nichts gel... Doch, auf Q geht das sogar bei mir. Er wechselt die Waffe. Nee, bei mir. Nur wenn du dann nicht rennst. Doch, geht. Nee, bei mir nicht. Du musst vorher zwei... Nein, nein. Du musst vorher zwei Waffen einmal ausgewählt haben. Noll. Ich habe einen. Nice. Kann natürlich jetzt von Magic. Haben die einen Magic? Busch durch. Einer ist durch. Ist down, ist down, ist down. Ja, der ist down, der mich gekillt hat. Der ist down oder der ist nicht down? Der ist down. Einer noch. Irgend so ein Typ. Lass dich mal voll heilen. Der ist über mir. Ich glaube, der ist in der Mitte. In der Mitte müsste er sein. Hast du? Ich habe Steps gehört. Da oben in der Mitte ist oben in der Mitte. Und dann genau da oben ist er. Ja, da ist er. Sniper, Achtung. Nee, was ist das? Schotty, Schotty, Schotty. Der ist aber low, der hat nicht mehr viel. Das ist mein Com. Da ist er wieder. Ja, er ist immer noch da. Er hat leider so nicht aufheben gebraucht. Alles schön. Schön weggepumpt mit dem Ding da. Was auch immer das sein soll. Granaten-Lounge hat er so. Ja, nix kann der. Der Coaster oder Carstar oder... Coaster. Costa Rica. Was auch immer. Holy fuck ey. Flash ist irgendwie merkwürdig. Steps, Conan. Links von mir. Hier ist einer. Hab ich. Ich hab die Bombe. Die bei der 2. Der ist auf der Coaster. Der hat ne große Sniper. Hat die Bombe und liegt die bei der 2. Ah shit, das dauert jetzt, bis ich da bin. Come on. Er ist weg in unserer Base. Base, base, base. Ja, ja, ja. Er hat noch 1 HP. Ich komm von hinten. Okay. Yes. Noch irgendwen wieder aufgehoben. Slight kill. Slight headshot. Stimmt. Die ganzen Symbole da oben. Kann die Granaten nicht wirklich auseinanderhalten, was was davon ist. Ich hab ne gute Nade abbekommen. Ich auch. Dann heil ich euch. Läuft. Da waren 2 bei 2. 2 Leute da. Okay, dann geh ich rüber. Ah, aber 3, 3, 3. Immer noch 2, immer noch 2. Ich geh über Base. Von hinten. Mitte, hinten. Okay. Sind jetzt 3 da. Kunde an der ähmlich. Na, jetzt spielt es viel alleine der Typ. So ein Lone Wolf. Offside. Hast du ne Nade? Nein, der steht immer noch da oben. Kuster guckt immer noch auf Alex Leiche. Offside ist noch einer da, glaube ich. Letztes da oben in der Mitte. Nicht bewegen. Hallo. Ja, Claymore nicht bewegen. Aber warum soll ich mich bei einer Claymore nicht bewegen? Schreck, da geht es ja gar nicht. Ja, weil du ein Schritt gemacht hättest, weil du drin standst. Du bist, wenn du dich bewegt hättest, hättest du wahrscheinlich nicht gekriegt. Und einer war oben im Fenster. Das habe ich, weil ich, ich habe also nicht schlecht. Ja, Mittelring. Ich glaube, dass er eher bei 1 stehen wird. Weil er halt Sniper ist, ne? Eine Nade von mir hat voll gesessen. Ich leg die Bombe. Ich leg nicht die Bombe. Er steht ne Blick, Nick. Er steht direkt auf Seiten. Ich hab ihn. Da kommt einer noch vom Spawn. Und da steht er da einfach in der Ecke. Und da hat er schon Plänen. Was? Da hast du was? Da steht er da einfach rum. Oh, der kennt dich aber schon von Jahrhunderten. Der Namenlose. Was habe ich gesagt am Anfang? Da war Minecraft. Wie viel Jahrhundert ist das her? Double Kill auf dem Spot. Ich plante. Ja. Oh, sorry. Ich smoke da hinten. Das ist überhaupt ne Smoke? Ja. Oh, Gott. Die Flash. Das war nicht mein. Er kommt von hinten. Costa kommt von hinten. Costa habe ich. Ja. Costa Rica. Letzter ist hier an deren Spawn, glaube ich. Der war nicht der Letzte, aber... Den habe ich. Den habe ich der hier am Spawn. Ja, ja. Innen. 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 Jawoll, ey. Alter, das war jetzt ne Runde. Oh, das war's schon wieder. Na komm, die Sparkle. Der Skin muss gezeigt werden. Und die Flagen natürlich. Snake and Lore. Eine Schlange und keine Drache. So, damit ist eine weitere schöne Runde Warface zu Ende, Leute. Checkt die Videobeschreibung und schaut mal vorbei. Wir machen noch ne Runde. Vielleicht nicht in diesem Part, aber natürlich im nächsten. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.